Das ist Nina. Nina ist 26, hat was mit Medien studiert, ist durch soziale Medien modisch und news-technisch immer auf dem neuesten Stand, hat viele Freunde, steht gerne im Mittelpunkt und kann sich für alles was neu ist begeistern. Da nur eine Stadt Ninas ansprüchend wirklich genügen kann, ist sie nach Hamburg gezogen. Dort hat sie eine riesige moderne Wohnung in bester Lale gefunden. Doch das war alles ziemlich teuer und so hat Nina kein Geld mehr, um sich wirklich einrichten zu können. Verzweifelt durchsucht sie das Internet nach günstigen, aber coolen Angeboten. Doch alles ist zu teuer, bis sie auf Fernie Share stößt. Fernie Share bietet gebrauchte Möbel aller Art zum Kauf, zum Tausch oder als Geschenk. Nina ist begeistert und findet direkt bei sich in der Nähe ein passendes Angebot. Nach kurzer Zeit hat Nina ihre Wohnung über Fernie Share komplett in ihrem eigenen Stil eingerichtet. Nun haben unerwünschte alte Möbel ein neues Zuhause, Fernie Share ein neues Mitglied und auch Nina ist absolut glücklich.